So, wie ihr seht, ich habe ein bisschen gewartet. Ich wollte nicht so ganz im Dunkeln aufbrechen. Ich finde das immer so ein bisschen blöd, weil es ist für YouTube nicht immer unbedingt förderlich, wenn es so dunkel ist, während wir durch das Commonwealth gehen. Ne, Nick? Dreht er sich um? Ich gehe auf den Zoo und er dreht sich weg? Komischer Typ. Naja, so, ich glaube, wir müssen hier durch. Wir gehen so quasi Richtung Banker Hill und dann, da ist ja auch schon der Turm und dann daran vorbei zu dem Ort, zu dem wir hinwollen. Ja. Mal gucken, ob wir auf irgendwas unterwegs stoßen. Silverschout, Radiosignal verloren, ja, ist nicht so schlimm. Ach, guck mal, hier ist eine Dings, eine Selbstschutzbunker. Atombunker für kleines Geld. Da liegt was drin. Kaugummis. Und Bonbons. Solange du das Zeug trägst. Bonbons. Zahnbürste. Baseballmütze. Haben wir schon sowas? Hm. Gut. Lang nicht mehr gesehen. Ja, ist ein Katzensprung. Brauchen wir denn irgendwas aufs Banker Hill? Gibt's irgendeinen Grund, dass wir da hinwollen müssen? Nö, ne? Oder? Bunker Hill. Was denen an Persönlichkeit fehlt, machen sie durch Gier wieder wett. Ja. Jemand hat sich alle Mühe gegeben, hier niemanden reinzulassen. Hat? Er wollte irgendwas anderes sagen grad. Der hat auch zu allem was einen richtiges Kommentar, ne? So, also, der ist schon sehr, ja. Die anderen sind nicht unbedingt immer so. Die sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Aber wir gehen außenrum. Komm. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwas ist, was wir gerade brauchen. Ach so, es sind die Brahmin-Kühe hier hinter dem Tor. Hinter der Mauer. Nee, nee. Nee, nee. Da müssen wir lang. Will mal nur kurz gucken. Hier ist nichts, ne? Gerade nicht. Nö, nö. Nö, nö. Was? Ich hätte nicht so laut singen sollen. Oder hier so. Komm. Komm, trifft doch mal. Ja? Wir sind auch schon da, seh ich grad. Äh, okay. Komm, warten. Was? Hm. Ach, eigentlich sind die es gar nicht wert. Ja, sie ist tot. Es waren mindestens drei Kugeln zu viel. Ich weiß nicht, wenn das das läuft. Da ist noch jemand. Wo denn? Ach da. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Äh, hallo? Äh. 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 nicht? Gut. Ja, ich finde es auch schön, dass du dabei bist. Auch wenn ich mich ständig vor dir erschrecke. So, hier müssen wir tatsächlich auch rein. Ähm, da ist er. Gelber Pilotenhelm. Ich finde den so cool, aber brauche ich eigentlich nicht noch einen. Hast du sonst noch was Interessantes? Nee. Ach, guck mal, das Regionalbüro. Jetzt, wo ich es gerade lese, erinnere ich mich auch dran, wir sind hier dran vorbei mal gegangen und dann meinte ich, ja, wir gehen da irgendwann später hin. Siehste mal. Ich will mal eben hier nochmal schauen. Wir gehen sofort rein. Hier irgendwo was Interessantes noch ist. Schnapsglas, okay. Auch keine Gegner mehr. Ja, dann wollen wir da mal reingehen, ne? Mal die Jagd von Eddies Bändern fortsetzen. Damit Nick endlich mal glücklich ist und mich nicht ständig danach fragt. Wie lang müssen wir diesen Geschützturm ablenken? Bis die andere ihn abschalten können. Ich ziehe nur ungern den Kürzeren. Hoffentlich ist es das wert. Woher wissen wir, dass nicht mein Arzt eine leere Wesenkammer ist, gebe. Das ist das Amt für Alkohol, Drogen, Tabak, Schusswaffen und Laser. Mindestens eins davon muss es hier geben. Oh. Und warum sollte ein Geschützturm eine böse Kammer bewacht? Schöter Punkt. Okay. Ach, deswegen ist das so ein komisches Wort. Das ist ja cool. Okay, also gibt es hier wahrscheinlich viel zu holen. Ich glaube, ich überrasche die mal. Entdeckt? Scheiße, das sieht noch im Hinterhalt aus. Ich überrasche die mal. Wo sind sie denn? Ach, da sitzen sie. Sehr schön. Doch, ich bin noch da. Ich muss jetzt nur gucken, wo ist denn der... Da. Nö, nö, nö. Nee, mich schießt du nicht ab. Oh, hier sind aber ein paar Leute am Start. Aber ich glaube, die sind hier alle irgendwie nicht... Dieses Gelaber von denen. Ähm. Die sind nicht so stark hier anscheinend. Nur ein Geräusch. Was? Nur ein Geräusch. Was? Hier liegt auch einer. Den habe ich aber nicht... Ich bin da! Wo seid ihr denn? Ja, das stimmt. Oh! Okay, na gut. Was wollte sie sagen? Wilde Gule? Scheinlich. Geschafft. Wenn sie gewollt hätten, dass das verschlossen bleibt. Oh! Ich ignoriere die mal, dass die da die ganze Zeit labern. Ich mache mal hier fröhlich weiter. Oh! Oder eben nicht. Wie auch immer. Na komm, das ist doch fast so weit. Hätte ich gar nicht bewegen müssen. Cool. Okay. Ja, ja. Oh, ja. 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 Da ist noch. Mach Schluss, Jungs! Da ist nichts! Boah, die die ganze Zeit labern. Das nervt mich irgendwie. Was? Pümpel? Was suche ich denn? Gummi oder was? Wo bist du denn? Ach, hier. Okay. Hallo, guten Tag! Sparta? Oh, hier hat sich geheilt. Shit. Äh, ich gönne euch mal was. Bitte! Komm schon, kleines Mädchen. In Deckung! Oh, Doggo. Hm. Ach, komm, ich geh mal zu euch runter. Hallo, guten Tag! Oh, das habt ihr aber... Einfach nur du oder ich? Ja, das stimmt. Ich mag das, wenn das so schön passt. Oh. Den letzten hätte ich nicht... Ich verbrauche auf jeden Fall zu viel Muni. Aber naja, ich habe auch von der noch relativ viel. Äh. Ah. Oh, oh, Vorsicht. Ach, da. Wir sind hier irgendwo. Ja, vor deiner Nase, Nick. Ach, come on. Echt jetzt? Das ist Nick. Das war voll... Oh! Oh! Bis dann, Kumpel. Ah! Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Ich habe richtig gezielt. Ich habe nur zu viel geschossen mal wieder. Ich übertreibe es ein bisschen. Ich möchte halt wirklich da... Ich möchte wirklich sicher sein, dass sie auch tot sind. Weil ich dachte, die wäre schon tot. Die Sparta. Das ist, glaube ich, eine Sie, ne? Ja. Jetzt fahre ich endlich! Fahre ich endlich! Wo bist du denn überhaupt? Da oben. Hier? Nee. Unten. Hier. Da unten. Warum stirbst du nicht endlich? Weil ich keinen Bock habe. Außerdem geht das Let's Play ja wohl noch ein paar Folgen. Wo seid ihr denn? Ey, wo geht's denn hier hin? Hallo! Dafür wirst du bezahlt! Ja! Was? War wohl der letzte. Ah, so sieht es also aus, wenn man zwei Jahrhunderte lang nicht Staub wischt. Anscheinend. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alle... Jetzt haben wir Ruhe erst mal. Äh, gut. Gut, gut. Dann wollen wir... Gut, gut. Dann kümmern wir uns mal um den Loot. Oh, guck mal. Hier ist schon wieder einer. Äh, naja. Immer zu spät. Naja. Beim letzten Mal haben wir wenigstens... Haben wir sie mal richtig nutzen können. Die Protektronen. So. Da ist eine. Ich mache das halt trotzdem immer, ne? Hä? Keine Klammer mehr da. Weil es gibt ja schließlich Erfahrungspunkte immerhin. Und, ähm... Ja. Das... Wäre ja auch komisch, wenn ich das nicht machen würde. Jetzt gerade sehe ich aber keine mehr. Wir probieren es. Okay. Ich liebe das, wenn das einfach... Ja. Äh, nee. Wir machen mal das wieder. Und... Dann aktivieren wir ihn mal. Aktivierung. Protektron. Zu Diensten. Guten Tag. So. Gut. Ich gehe mal zurück. Ähm... Hier ist auf jeden Fall auch was zu lesen. Und ich glaube... Was ist hier? Entsperren. Das kann ich wahrscheinlich auch mit dem Terminal entsperren. Ich gehe mal zurück. Ähm... Ich will mal alles in Ruhe von Anfang an durchgucken. Ich hoffe, das ist okay. Weil... Ja. So. Die haben wir gelootet. Hier sah es noch interessant aus. Da ist auf jeden Fall eine Kamera. Die hat schöne Teile. Das da... Okay. Die Musik ist episch. Das sieht aber auch sehr episch aus hier. So viel zu dem Thema. Hier findet man viel. Oh mein Gott! Schicke Haarbürste! Brauche ich nicht. Äh... Zigarrenkiste. Okay. Brauche ich alles nicht. Habe ich jetzt trotzdem mitgenommen. Eine Fat Man. Ja gut. Ich glaube, man ist relativ früh hier. Und findet natürlich... Das ist natürlich alles geil. Aber wir brauchen das nicht. Ich möchte auch... Ich möchte gucken, was da unten drin ist, bitte. Mhm. Ein Stealth Boy. Hm. Oh! Wir sind dann fertig. Mit all dem Zeug hier könnte man ein tolles Wochenende haben. Das war ein richtig lustiger Spruch, Nick. Das kennt man gar nicht von dir. So, äh... Wir sind fertig. Wiedergabe. Detektiv Valentine. Nick. Hör zu. Es tut mir leid. Du hast jedes Recht, wütend zu sein. Aber bitte glaub mir. Ich hatte keine Ahnung davon. Operation Winters Ende war mein Baby. Ich hab daran geglaubt. Ich glaub noch immer daran. Sie haben uns alle belogen. Auch mich. Ich wurde heute Nachmittag informiert. Da haben sie mir alles erklärt. Die ganze Sache. Winters Deal mit dem Staatsanwalt. Seine Abmachung, die anderen Familien ans Messer zu liefern. Seine Idee, die Holobänder aufzunehmen und alle seine Partner zu belasten. Und dass sie eine echte Untersuchung mit einer echten Sonderkommission brauchten, damit es so aussieht, als stünde Winter im Fadenkreuz. Das alles gehört zu ihrem Plan, Nick. Wir können nichts mehr tun. Winter war ein Spitzel für die Typen aus Washington. Er hat direkt dem AADTSL Bericht erstattet. Ist alles in den Akten vermerkt. Für seine Zusammenarbeit bekommt Winter volle Immunität. Es ist vorbei. Operation Winters Ende hat sofort sämtliche Ermittlungen und Operationen einzustellen. Die Sonderkommission ist hiermit aufgelöst. Wir haben unsere Rolle gespielt, Kumpel. War zwar nicht die Rolle, die wir erwartet hatten, aber sowas passiert eben. Jetzt sind wir nicht mehr als eine Kiste im Archiv. Nick, hör zu. Alles, was passiert ist. Mit Winter. Mit Jenny. Kein Mensch sollte sowas durchmachen müssen. Du brauchst Hilfe. Das Boston PD hat mit den Eierköpfen vom CIT zusammengearbeitet. Irgendein neues Programm, das sie entwickelt haben, um Traumata zu behandeln. Gehirnwellen scannen oder sowas in der Art. Ich besorge dir die Kontaktdaten. Du meldest dich da. Das ist ein Befehl. Okay. Ich bin ihm jetzt die ganze Zeit nachgelaufen, weil ich gedacht habe, er hat 100 pro einen Kommentar dazu. Das klingt ja richtig dramatisch. Es ist halt die Frage, es ist ja eine Person gewesen, die bei ihm, also das ist ja, sein Charakter war ja vorher ein Mensch. So. Und da, und da geht es wohl, geht es auch wohl um eine Liebe, um eine vergangene. Ist aber traurig. Ähm. Gut. Das klang sehr interessant. Das ist eine richtig krasse Story anscheinend. Guck mal hier. Ganz schön viele Whiskyflaschen. Ja gut, haben sie ja eben gesagt, Alkohol. Äh, das wollte ich noch entsperren eben. So. Das habe ich nur gerade nicht gemacht, damit wir in Ruhe zuhören können. So. Ja. Ja. Nein. Warum sind da denn immer Messer oder Gabeln drin? Löffel und so. Aber gut, es ist, Silberbesteck ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich interessant. So, gut. Äh, ich gehe einfach mal hier weiter. Ähm. Ähm. Da müssen wir hin. Ich gehe mal hier runter. Nimm mal erst den anderen Weg. So, das können wir entsperren. Das können wir aber 100 pro auch über den Term. Oh, hier ist auch ein Band. Kronkorkenvorrat. 23. Not bad. Das ist not bad. Ist hier noch was drin? Zigangenkiste, Glaskrug. Okay. Ähm. Ach, wieder im Vorderbein. Ich gucke erst mal hier kurz, bevor ich mir das Holoband anhöre. Und entsperre das. Dann kann man sofort das nächste Holoband hören. So. So. Geht der auch? Ne. Ich sehe gerade keinen mehr. Doch, hier ist noch. Ne, den haben wir schon. Okay. Ich probiere einfach mal eins. Zwei Treffer. Vielleicht das? Null Treffer. Ach so. Ne, das passt auch nicht. Sehe ich gerade. Äh. Äh. Dann das. Das wär's. Gefangener 2AA6701. Nur für autorisiertes Personal. Vertrauliche Informationen. Gefangenakten. Okay. Gefangenenakten. Name Luke Paul Jackson. Status Kaution bezahlt. Größe 1,78. Gewicht 72 Kilogramm. Haarfarbe blond, Augenfarbe blau. Besondere Merkmale keine. Okay. Traurig, wenn man keine besonderen Merkmale hat. Anlagepunkt. Besitz eines nicht genehmigten Glasers. Persönliche Besitztümer. Geldbörse, Leder, Plastikkramm. Und so weiter und so fort. Okay. Nächster Gefangener. Äh. Bin ich schon wieder rausgegangen? Hä? Was, was, was mache ich hier gerade falsch? Datei beschädigt. Ah, okay. Gut. Äh. Opie Hurst. Kaution bezahlt. Braun, Braun. Barttätowierungen an Armen und Rücken. Besitz eines nicht genehmigten Lasers. Okay. Immer alles, alle keine Laser, die sie nicht haben dürfen. Jake Ratz. Derzeit inhaftiert. Okay. Wahrscheinlich nicht mehr. Oder es ist die Person, die wahrscheinlich da drin liegt. Gleich. Äh. Schwarz, Augenfarbe blau. Besondere Merkwale. Keine. Keine Widerstande gegen Verhaftung. Besitz mit Absicht auf Handel. Okay. Persönliche Abs... Äh. Persönliche Besitztümer. Ich war schon weiter wieder. Eine Zeile weiter. Eine Armbanduhr. Defekt. Stiefel. Schwarz. Schwarze Anzugjacke. Ein Hut. 23 Dollar. 7 Cent in Münzen. Okay. Kann man uns jetzt mal merken. Okay, die war, die war auch kaputt. Okay, wir können... Gut gemacht. Danke. Okay, wir können uns das offensichtlich... Nicht... Äh, wir können es offensichtlich... ...Vetalfunktionen sind besorgniserregend. Benötigen Sie Hilfe? Gerade nicht, danke. Ähm. Okay, ich dachte, wir können das hiermit entsperren. Aber dann machen wir das halt per Hand. Kein Problem. Oder vielleicht doch. Komm. Das war fast so. Was sind das denn alles für lame Schlösser hier? So. Bist du das? Mit dem Hut? Was liegt da in der Ecke? Oh. Oh. Stimpack. Buff out. Was ist das da? Oh, ein Patron. Okay. Okay. Ähm. Nächstes Holoband. Komm. Eddie Winter. Holoband 0. Okay. Ist das das Holoband, was wir brauchen? Nee. Jetzt ist es nicht das, was wir brauchen. Na gut. Egal. Nachricht an Alexandra Strelnikov. Mein verehrter Mr. Strelnikov. Ich weiß, dass Personen in Ihrem Berufsfeld Diskretion wichtiger ist als alles andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Ich meine, kommen Sie. Eine Kugel einmal quer durch die halbe Stadt und Sie haben Ron Travius sauber weggepustet. Sie sind ein Künstler, Sir. Sind alle Auftragskiller aus Russland so gut wie Sie? Das bezweifle ich doch stark. Aber hören Sie, Ihr Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Auch kein Kommentar dazu, Nick? Na gut. Terminal benutzen. Protektoren. Achso, den hatten wir ja. Oh, nein. Ich wollte nicht so viel so oft drücken. Hm. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, er würde mehr Kommentare abgeben. Macht er ja sonst auch. So. Ach, wir sind schon wieder am Anfang. Ach. Ist der Eingang. Okay. Verstehe. Hier haben wir auch nichts übersehen. Gut. Dann gehen wir dieses Mal hier rum. Da. Okay. Das auch nochmal. Oh. Okay. Das ist der Befragungsraum und hier liegt eine Hand mit Blut und so. Die haben ja nette Befragungen durchgeführt hier anscheinend. Äh, wie komme ich denn da hin? Achso. Indem ich die Türen sperre. Alles klar. Ich habe die nicht erkannt. Ich dachte, ey, was sind das für lame Schlösser hier? Das wärs. Ich habe das nicht erkannt. Das sah aus wie eine Wand. Das hat sich gereimt. Mein Gott. Okay. Was ist hier? Irgendwas Interessantes? Oh. Pistolen und Patronen. Ausgezeichnet. Du hast eine Ausgabe von Pistolen und Patronen gefunden. Schusswaffen verursachen. Dauerhaft. Plus fünf. Mehr kritischen Schaden. Das Bild. Okay. Ähm. Voll der Yankee-Handyman. So. Was haben wir denn hier noch Feines? Bestimmt was zum Lesen. So wie immer. So. So, so, so. So. Ich entsperre und entschließe und entsperre und knacke und hecke und entsperre. Äh. Da ist auch noch einer. Ach ne. Den hatte ich schon. Ist das der Einzige hier? Ach, hier ist noch einer. Wie bin ich blind heute, habe ich das Gefühl. Da, ups. Da ist noch einer. Ne, ist auch keiner. Hä? Ich bin wirklich blind heute. Okay, komm. Wir versuchen es mal. Okay. Scheiße. Türsteuerung. Safe-Steuerung. Persönliche Aufzeichnung. Aufzeichnung 28.09.77 von Benutzer Sergeant Dave Mallory. Okay. Dann lesen wir mal. Äh. Oh, Datei beschädigt. Okay. Dritter Zehnter. Datei beschädigt. Komm, die letzte. 22.10. Ich werde langsam zu alt für den Job hier. Beim nächsten Möchtegern-Offizier, der unbedingt nach seinen eigenen Regeln spielen will, drehe ich durch. Ich, wenn nicht gerade Willis, Willison, wieder privates Eigentum zerstört, wirft sich dieser irre Gips in die Schusslinie. Jede Wette, dass mein Trupp an meinem Magengeschwür schuld ist. Wenn mich das Sodbrennen nicht umbringt, dann das ständige Rennen aufs Klo. Alt werden ist echt mies. Zum Glück sind es nur noch drei Tage bis zur Pensionierung. Dann kann ich vielleicht mit dem Wohnmobil in den Wald fahren, eine Hütte mieten und endlich mein Buch zu Ende bringen. Okay. Sodbrennen ist scheiße, ey. So. Ist hier sonst noch was Nices? Nee. Wir haben ja schließlich eine Zeitschrift. Gott sei Dank. Haha. Ich habe sie gefunden, die Zeitschrift. Ich bin stolz. Achso, hier waren wir schon. Oh. Hä? Dich habe ich aber nicht getötet, oder? Guck mal, die haben alle die gelben Pilot... Ach doch, habe ich wohl. Von hier. Verstehe. Okay, gut. Jetzt sind wir ja endlich da, wo wir sein müssen. Hier ist nichts mehr Interessantes. Dann... Beweismittel-Terminal. Dann schauen wir da mal rein. Fall 155H. Winters Holoband-Aufzeichnung. Karte aktualisiert. Beweismittel Eddie Winter 00Holoband 00. In Asservatenkammer, das haben wir ja. Haben wir ja schon gefunden, haben wir schon gehört. Verliehen an Officer White, Polizei... Äh, okay. Hätte ich vorher das hier lesen müssen? Winters Informanten-Aufzeichnung. Ah, so viel zu lesen. Hervorragend. In letzter Zeit fragen Eddie Winters Jungs häufiger nach einer Jennifer Lance aus Südbosten. Habe den Namen überprüft und herausgefunden, dass sie die Verlobte von Nick Valentine ist. Einem der für die Operation Winters Ende eingesetzten Detektive. Oh. Bei vorgesetzten schnelle... Was? Vorgesetzten schnelle Aufnahme der beiden ins Zeugungsschutzprogramm oder zumindest in Kenntnissetzung über Gefahr beantragt. Allerdings wurde der Antrag abgelehnt. Die Hohentiere wollen die laufenden AADTSL-Ermittlungen nicht gefährden. Gilepsis Aufzeichnung. Illegaler Handel. Äh, 158 Flaschen Buffout. Oh mein Gott. In der Asservatenkammer haben wir alles schon gefunden. Zigarettenschachtel haben wir alles gefunden. Okay, hier lesen wir quasi nur, wo das ist. Macmillans Aufzeichnung, Alkoholschmuggel. Ja, Keramikbehälter, bla bla bla. Das ist alles uninteressant. Und Blacks Aufzeichnung, Selbstmord. Oh Gott. Pistole gefunden bei Mr. Black. Status übergeben an Lager. Eine Kugel, Kaliber. Bla bla bla. Während der Autopsie bei Black gefunden. Kaliberzähne gefunden in den Wänden der Wohnung. Übergeben an Lager. Okay. Äh, ja gut. Das hier steht quasi, wo ich das Holoband finde offensichtlich. Ähm, gut. Ich hab irgendwie gedacht, er hat mehr Kommentare dazu. Ein bisschen schade grad. Okay, also das hier haben wir quasi abgeschlossen, oder was? Ich will mal eben schauen. Tatsächlich. Hm. Okay, dann, ja. Kannst von mir aus automatisch speichern. Gut, dann guck ich nochmal, ob ich irgendwo was vergessen hab. Und dann gehen wir zum nächsten, äh, Ort. Und, ja, ein bisschen was gehört haben wir ja jetzt. Ich hab irgendwie gedacht, Nick gibt jetzt so, redet darüber. Und, ey, das ist meine Frau, keine Ahnung, so ein bisschen sentimentalen Quatsch. Dass er sich ein bisschen sowas von sich gibt, oder so. Ähm, aber wir haben alles gefunden, ne? Hier waren wir ja auch. Hier geht's nur durch. Ich will nur nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Ja. Na gut. Ja, Polizeiprotektoren. Viel Spaß. Beim, keine Ahnung, aufpassen oder so. Hier ist auch nichts, ne? Ich mein, die Zeitschrift hab ich ja gefunden. Das ist das Wichtigste. Gut, dann gehen wir mal wieder raus. Oh. Irgendwie neblig. So, wo gehen wir denn als nächstes dann hin? Was ist denn das nächstliegende? Das hier. Ach, das Revier. Äh, äh, äh. Äh. Ach, das Revier. Okay. Aber war hier oben nicht auch noch irgendwo was? Das hier, ne? Hm. Also hier hätten wir direkt zwei. Aber dann könnten wir hier direkt weitergehen. Also ich würde sagen, wir nehmen erstmal das hier. Was war das hier nochmal? Mal? Kapelle. Ach, was war denn da noch? Warum muss ich da nochmal hin? Es ist immer blöd, wenn man irgendwo hingeht und nicht mehr genau weiß. Hm. Soll ich das erstmal lassen? Gehen wir erstmal? Äh, ich reise erstmal auf jeden Fall. Linn-Pier-Parkplatz. So. Ja. Ja. Ja.